So, ich bin jetzt schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Gegner Schaden zu, während du geduckt bist oder rutschst. Ihr seht es schon, ich mache das Ganze gerade in Gruppenkeile. Ich war mir nur nicht sicher, ob das Ganze auch zählt. Aber ihr seht schon, 109 Schaden gemacht. Ah, den auch noch wegholt. So, gucken wir mal den auch noch. Ah, Gruppenkeile. Wie lange war ich nicht mehr in Gruppenkeile drin? Das ist schon Ewigkeiten her. Aber ihr seht, jetzt habe ich schon 250 Schaden. Gerade überlegen, dass ich mich mithole, bis ich halt die 500 voll habe. Aber ich glaube, ich habe die Aufnahme zu früh gestartet. Ach Gott. Gefühlt sterben wir auch alle so schnell, habe ich den Eindruck. So, gucken wir mal, hier noch einen finden. Ah, jetzt finde ich natürlich keine Gegner. So, aber ich denke mir, ihr wisst ja, wer es gemeint ist. Also ihr geht einfach in Gruppenkeile, geht so wie ich jetzt stehe, macht da eure 500 Schaden. Ja, 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 ja. Na? Das war wieder ein bisschen Schaden. Ah, der Bus ist natürlich klar. Ah, jetzt sind es... Ah, 120 Schaden, kriegen wir die noch irgendwie hin? Ich denke, sie sind natürlich da. Ja, nicht vergessen, euch zu ducken. Nochmal 27. Nochmal 54. Na, könnte schon fast gereicht haben, oder? Zack. Jetzt aber safe, oder? Ah, da sehen wir schon. Schon haben wir die Aufgabe auch geschafft. So, ich hoffe, ich konnte euch eventuell weiterhelfen. Wie gesagt, gern ein Like da lassen, gern ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Und haut rein.